herzlich willkommen hier bei meinem ersten unboxing aller zeiten unboxing oder entpacken wie der opa noch sagen würde ich unboxe heute hier ganz krasses panini tütchen zwei stück und nicht die normalen sondern die kostenlosen vom shop dings discounter eine tüte kriegt man nur mit wenn man dann was eingekauft hat das habe ich zweimal mitgemacht und dann ja hier euro 2016 frankreich fußball glaube ich ja nein hier ist cool sondern die entpacke ich jetzt hier und ihr könnt zugucken das macht man so im internet können erst mal die verpackung angucken viereckig flach mit einem hinten vorne ja nicht schlecht so aufmachen geht ganz schnell bin ich mal gespannt wenn ich die ab 2 2 kerne hier in der tüte nummer 534 und 590 und robbie keen aus irland und nani aus ortokal so damit das spannend wird haben wir natürlich hier gleich unsere ersten halbfinal teilnehmer das wird dann heute gleich noch ausgetragen da könnt ihr dann gleich ins wettbüro rennen weil das wird dann noch das halbfinale bei der em werden wir orakel heute gleich hier so gleich die zweite tüte auseinandergezerrt und oh lasikowski von dortmund eigentlich aus polen das andere halbfinal teilnehmer und james mccarthy aus irland das ist natürlich geil zwei tüten mit zwei stickern jeweils und habe zweimal irland müssen wir gucken was wir daraus machen jetzt geht es erstmal los halbfinale em 2016 so willkommen zurück hier ich habe mit der regie gesprochen wir machen das anders wir haben schon das finale hier das em finale 2016 irland gegen portugal und polen im finale einer von dreien wird dann europameister los geht das spiel also erst mal aufstellung hier da dings kommt ins tor hier mit james mccarthy und robbie keen der ist im sturm und dann ist nani nani kommt ins tor und jachikowski der der sturm der kann das der ist gut sagen was geht es ja dann das spiel ist vorbei plaschikowski ist weltmeister das ist nein plaschikowski europameister glückwunsch dafür damit ist das unboxing oder das entpacken am ende vielen dank fürs zugucken daumen sind cool die nach oben sind noch cooler abos abonnenten sind auch gerne gesehen ansonsten viel spaß noch aber dann zum nächsten mal wenn es dann wieder heißt warum mache ich das überhaupt Vielen Dank.